Erinnerst du dich noch, warum du eigentlich mit dem Fotografieren angefangen hast? Vielleicht wolltest du mit der Fotografie Erinnerungen für die Ewigkeit festhalten. Vielleicht hast du in der Fotografie aber auch eine Art Sprachrohr in die Außenwelt gesehen. Vielleicht wolltest du auch einfach das Schöne in dem Alltäglichen fotografieren und hast die Fotografie als eine Art Werkzeug gesehen, um dich auszudrücken. Dann hast du dich mehr mit dem Handwerk beschäftigt. Du hast ein Lightroom-Tutorial nach dem anderen verschlungen und versucht, den ein oder anderen Look nachzubauen. Dann hast du etliche Stunden in Online-Shops verbracht, um diese eine Vollformat-Kamera zu finden, die deine Fotografie endlich auf das nächste Level bringt. Und anschließend bist du dann auf Social Media gelandet, nur um festzustellen, dass jedes andere Foto auf dieser Plattform besser ist als deine eigene. So kann dieses tolle Hobby-Fotografie schnell technisch und abstrakt werden und die anfängliche Euphorie, die du hattest, schlägt dann schnell in Verwirrung und sogar Genervtheit um. So können einen Fragen über die richtige Kamera dann schnell vollkommen mürbe machen und man redet sich ein, dass man mit seinem jetzigen Equipment keine guten Fotos machen kann. Was man dabei aber sehr schnell vergisst, Fotografie ist und bleibt eine Kunstform und es gibt kein richtig oder falsch. Natürlich darf und soll man sich über ein offenblendiges Objektiv freuen oder über 48 Megapixel. Aber letztendlich bleibt die Kamera ein Werkzeug und am Ende liegt es an dir, dass du gute Fotos machst. Du wirst in deiner Fotografie einfach nicht wachsen, wenn du dich tagelang in technischen Details verlierst und dich fragst, soll ich die eine oder die andere Kamera kaufen. Du wirst auch nicht besser, wenn du ein passendes Objektiv für jedes erdenkliche Szenario besitzt. Du wirst besser, wenn du dir den Wecker stellst, um morgens zum Sonnenaufgang fotografieren zu gehen. Du wirst besser, wenn du dich bewusst einschränkst, um so neue Kreativität zu entfachen. Du wirst besser, wenn du jeden Tag auf dem Heimweg von der Arbeit Fotos machst, obwohl er auf den ersten Blick sehr gewöhnlich aussieht. Du wirst besser, wenn du dich regelmäßig aufrappelst, fotografieren zu gehen, obwohl in dir das Gefühl schlummert, gerade unkreativ zu sein. Du wirst besser, wenn du einfach an einem freien Nachmittag deine Kamera nimmst und losläufst. Und genau das werde ich jetzt auch machen. So, ich bin heute im Tierpark Saarberg unterwegs, deswegen habe ich heute mal meinen Täler dabei. Das ist eigentlich nicht so meine Brennweite, aber hier macht es natürlich Sinn, weil man sich die Motive ranholen kann. Die Gefahr dabei ist halt immer, dass man mit dem Teleobjektiv nur noch die Motive freistellt und gar nicht mehr in den Kontext setzt. Das ist so ein bisschen die Challenge heute. Ich versuche so ein bisschen die Landschaft mit einzubeziehen und schaue mal, was da so machbar ist. Das ist so ein bisschen die Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018